hallo und herzlich willkommen bei zum bieser schönes einschalten hast ja wir haben jetzt übernachtet hier was essen und ja es regnet wir haben ein bisschen gedanken gemacht ein kleines bisschen nicht viel ja ich muss glaube taktischer reingehen nicht einfach so kopflos in die häuser rein ja passt schon und ja und da würde ich mich noch mal bedanken an die leute die meinen videos anschauen herzlichen dank und an die die mir einen fetten daumen da das namen es freut mich und an die kommentare tipps und so seit die besten vielen dank so und vier es ist dunkel aber lassen wir mal schauen wie viel munition das schuld sind nicht mehr viel ja dann wollen wir weiter vorstellen oder es ist gut auf eines noch du bist lehrt auch immer warte möchte man das spielen wir gleich schon rüber flattern lassen kommst du noch mal auch mal rüber das lassen mal 20 schuss zum auch rüber gewehr durch auch rüber weil ja kein gewehr aber auch plastik das kann versuchen mal ein bisschen im klaren euch alle sind gut ja genau herrlich danke 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 mein freund danke ruby du bist der beste und schöner kopfschuss hat das gleich wieder hat zwei geschossen okay muss er antworten mal schauen so warte mal ist das ja wie sie auch als bisschen fürs gewehr nur oder zweifach vergrößerung können halbautobüffel bist du bist du bist du bist du bist du bist du halbautomatik ich gucke mal ach so gewert bestimmt nicht oder ich drücke noch nee okay gut da weiß ich bescheid so dumm rüber gewerken granaten geld ich frage mich nur vor was man das geld brauchen haben jetzt alles durch ihr weißt das weiß gar nicht mehr aber sie schon ein stückchen ja wo ich jetzt spielte aber weil ich habe wissen vor aufgenommen zeit technisch hier das holz jetzt jetzt wieder hier und spieler schön das spiel was folge laune folge war ja schön medikett okay wir waren wir waren da brauchen wir da komme ich nicht lang warte mal öffnen hobby hatte hier komm einmal erstmal schlatsche der lassen schlips lassen sie freut schön so gehe hier waren wir schon dass mich durch ich glaube dann müssen jetzt wieder zurück ja 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 schlatsche der lassen spiel damals bist du gleich hellbärm okay hier war mal genau hier sind wir durch hier durch gerannt weil wir doch überrascht worden sind ja genau ich kann mich dran das hammer okay da sind wir durch das schade ist nicht so um die ecke so um die ecke gucken kann so mit er okay klar wir sind lang gelaufen mal schauen habe ich das nicht gelutet und nach neuen laden genau ach ja sie garage genau da waren wir schon drin ok das können wir zurück gewährung 24 schuss nach dringend um auch rüber man muss brauchen trinkt man nehmen und das ok es wird so mal schauen wo muss man es lang da drüben ist noch ein haus da ist geht es bestimmt nicht lang also doch schon aber bisher haben wir jetzt haben wir gehen dann mal darüber das wasser gehen wie geschoss 40 schuss habe ich meine da ist ein stinke angriff ist die beste verteidigung heute das wetter vielen dank autos der nämlich schon mal so schauen wir mal da rein was so schönes gibt vielleicht finden wir das gewehr ich muss mal schauen wir sind von da gekommen oder da lang hier ist nix einmal schlafsack schlafsack habe ich nicht mitgenommen ich trotte gut ich hole mal schnell mal schlafsack schlafsack halb jetzt jetzt wollte ich mal nur noch nur nach links gucken nach schwefel nach schwefel dort ist das fisch ich hasse das genauso wie stinky ich hasse die so zeigt mal her das lässt sich ja gut sein hinter dir Kommen wir erstmal Schmerzmittel, das haben wir noch ein paar Sekunden Zeit. So, zeig mal Robi, hast du noch wenigstens deine Pfeile? Hier, das ist meiner. Nachladen, so, schauen wir mal rein, Überraschung, ich mach mal ein Licht, da, ich glaube, sie sind tot, ich glaube, sie wissen, jetzt, wenn ich hier Durst habe. Ah, Geld. Okay. Halten wir das mal aus, zeig mal, ja, 23. wnch. Nimm. Ah, ich auch schon. ich höre es ist schon da mal gucken hier hat er mehr aufstehen was trinken um was das muss man wir haben als alles her ich hoffe noch dass man das gewerke finden ist alles wie gepaart ja ok nix hier oh nein geht doch mal mütze ist schon mal weg so das war es mit feiner hobby wie hast du drei schuss naja gut ok ok dann ist ruhig natürlich das ist ja klar oder da so ist das nur weiter zu taktisch er machten kaputt elektrik service 1 da stehen die das ding was mit dem gut gleich doch niederknüppeln oder ich habe jetzt nicht gesehen tja hobby das bist du da wo kloppt denn hier warte na oh wo ist er in ok 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 ich hätte gesagt ich kriege es ja irgendwie das behalte ich rüber gewehr behalte ich das bad trinken gut ich warte mal shit durch die maure schießen achten lauf 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 ich hänge ich hänge fest ich hänge fest da bin da ist er wieder so nochmal licht an machen noch gleich hat und ab so kurz mal überlegen jetzt hier geht die war weg oder ja das haben wir gelootet aber nix so ach feier genau so nachladen ja auch hammer kum das war ich gucke mal ich gehe jetzt mal hin warte warte ich habe bestimmt von der seite noch mal einpumpsen gut so jetzt das gewehr ja siehste ja hat er bestimmt irgendwas beschützt oder nein nein gehen wir mal langsam runter ja einmal aber ich nehme was schmerz sie ja tot jetzt gut schön alles klar na bitte danke muss aber jetzt gleich kommt doch stinky da könnte leben schießen mal drauf er hat gelebt warte mal wo klopft es an hier ja ok da ach schade au wir haben fressen ok das rücken ist noch was wir gucken was im schrank ist ich hätte mir mehr erwartet hier kühlschrank ja snack kann man was essen ja kann man was naschen wir haben wir haben langs oh helm lord helmchen muss ich reparieren so die ist tot rüber 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 r lassen wir auch oder doch mal auch rüber tun kann ja okay so haben wir alles ja 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 und wir schon drin nein überraschung nein oh die pistole warte mal da konnte ich doch warum das hobby ist ja mehr ist doch jetzt hier kuh nein kuh ist doch hier bis es war eine automatik pistone und es kann kann nicht auf halbautomatik automatik ist es doch und du bist so ok das hat mal zu ja ja ok finde so findet so viel granaten wird das spiel mir irgendwas sagen wir haben jetzt fünf granaten ok somit hier durch ja war ich jeden schon gewonnen wir waren da hoch schütteln doch da scheint irgendwas öffnen was war denn das weiß ja was ich da geöffnet jetzt das habe ich geöffnet komme ich jetzt hier raus ich gucke mal vielleicht hier komme ich jetzt nicht aus ne 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 warte bemüht wie spielt haben es will wir müssen stündchen mal kurz ausruhen ja oft immer trotz vielleicht mal zwei stündchen 3 wir sind ja früh unterwegs gewesen also um vier und zwar sehr anstrengend gut energie haben wir noch 38 ok zeit ist 16 uhr kaffeezeit können jetzt kaffee und hier oben ist ja was damit gucken wo wir hin müssen so lassen wir mal schauen wir sind vom wohlkommen von da er glaube und da da hinten ist was also da hinten ist was kommen noch nachgehen so eine schock da ist auch was oder warum oder wollen wir da drüben wir sagen wir gehen mal erst mal darüber wo ist der eingang gewesen da also waren wir in so lang gelaufen ok ein drittisch müssten wir jetzt da hin da hin da hin und da sind wir kommen sind darüber genau genau ja wird sagen wir gehen erstmal darüber zu den kleinen schuppen hallo lassen bitte wird durch ja es ist wie gelb performa armbrot machen aber hier schon drin das ist nur blöd da komme ich nicht wenn das wieder neu geläst dass alle türen dazu sind so wissen von da genauer da sind von da gekommen also müssten wir ein drittisch darüber mal laufen darüber laufen aber dann wird wohl energie ändern zu trinken glauben müssen aber du hast keine munition was soll ich sagen fünf und fernhalten da ist der komische frosch zum büsch spät ja ich hoffe dass man da reinkommen das wie die werkstattung aber ich wollte noch zu springen naja stinke ja 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 kommt doch mal her kann ich mich bin der frühling aber ist mensch konnte nicht sein ja das ist eine koche naja nehmen wir noch mal schmerzen mit ok hobby aha aha schließen ok also komplett was steht alles alles was ich im zug habe ist hier komme ich jetzt nicht mal einen zug zurück hier kann ich schmelzen hier kann ich holzkohle machen hier kann ich bretter schießpulver was bräuchten da 1 schwarzpulver ist das ja doch selber 1 und kohle ok können wir essen noch mal was mal schützt bei arms ist ok gut wir haben dann denke mal nächste nächste folge gucken warum weswegen das hier ist ja sturmgewehr schön ja 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 schön ich hab's ok dann mache ich mal meinen nachtlager hier hin und sage gute nacht und sehen uns nächste folge dann sagen wir danke fürs zuschauen und für die daumen freut mich dass ihr bis zum schluss guckt auch und schüssi